Das Passwort lautet CB-Funk-Grupp. Ich rufe jetzt, dann mache ich gleich weiter hier, und rufe Station Nummer 13, den Schweißbus, den Tom, an der Neuen Kirchener Höhe. Tom, kannst du mich aufnehmen? Jo, grüß dich da Dominik. Ich habe deinen Fall von deiner Seite, ne? Station 67, hier Station 13, kann ich hier aufnehmen mit 5 und 7. Und er bittet das Passwort. CB-Funk-Rockt ist das Passwort. Alles klar Dominik, danke dir. CB-Funk-Rockt, aufgenommen bei Station 13, Schweißbus. Und ich gebe dann gleich weiter an die Station 108, den William, den Dackel in Darmstadt. Bist du QLV? Jo, Roger, wunderschönen guten Abend, Schweißbus, Santiago 9, Radio 5. Jo, das Passwort lautet CB-Funk-Rockt, und gebe weiter an den René in Weiterstadt, die Station 103. Ja, wunderschönen guten Abend, alle angeschlossen. Simon, hier ist die Station 13, 6, das Mikrofon der René, C-B-Funk-Rockt, ist das Passwort. Und darum, die Nordenindex aus CA, aus Starten, mit UV. Ja, Roger, der René, wundervoll, Mikrofon sind hier. Ich erbite das Passwort. Ja, Roger, das Passwort CB-Funk rockt. Dankeschön. So, dann rufe ich die Jeep-Mobil, den Mann, die Station 010 auf dem Teufelskopf in Rheinland-Pfalz. Bitteschön, bitte QRV. Vielen Dank.